Genau, genau. So, wir zocken jetzt SuperluckyTail. Danke für die Biddies. Danke für die Biddies. Danke für die ganzen Biddies. So, wir spielen jetzt SuperluckyTail, weil das Spiel ganz spaßig ist, ne? Nein, nein, nein. Also. Danke, Angie. Ich wollte eigentlich länger DK64 spielen, aber das war jetzt halt so, dass MS dazwischen kam. Aber das rennt nicht weg, wir können morgen noch weiter zocken und deswegen machen wir jetzt SuperluckyTail fortfahren. Und das ist auch ein super Game, was auch super viel Spaß macht, deswegen machen wir das jetzt auch. Hm, 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 hm. Niko 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 niko. Niko niko niko, niko. Hee. Niko! like. Niko niko, nie. یہа, не ascertain, не Parents. Uni, was Olympic? Ne ребенock internal думаешь, ein licht auf die kann die kann die kann die kann die kann die kann die hallo hallo das haufen ein ziel dankeschön für die tausend bitte dankeschön angelhoffs hat aufs 0 wird mit 1.000 mal katzen minze um sich kachel zwei hart zwei kachel tut carol das war ein kompili steuerung ein bisschen Weil... Alter, wir tausend Bits sind, schon so lange schmeißen. Alter, äh... Da muss ja richtig viel Bits geben nach der Zeit. So. Bam, 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 bam. Was denn, Ivy QD? Oh Gott! Nein, ich hab alles verkackt, ich hab verkackt! Nein, ich hab verkackt! Nein! Ich hab verkackt! Komm, komm bitte! Mach schnell, mach schnell! Nein! Oh Gott! Anzug kam auch nur von mir gewaschen. Bitte gewaschen, ja. Was denn, Ivy? Ah, nein, du hast die Punkte verloren! Oh nein, Ivy! Oh nein! Du hast den Punkt, die ist verloren! Okay, Leute, ich muss ein Bits konzentrieren können. A-G! Danke, danke, mua! Danke, danke! Angel of's Hard of Snow wirft mit 2000 Mal Katzenminze um sich. Kaiju2H2 hab dich lieb, Meister Kaiju2H2. Kaiju2H2 Hab dich doch auch, lieb süßer! Danke, ich bin jetzt mit dem Bits. Läckchen! Oh Gott! Äh! 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 Jetzt schaffe ich es! Jetzt schaffe ich es! Easy! Jawoll! Bam! Ich hab das Gefühl, dass mein Kontroll der Wacken macht, die ich gar nicht will. Sag mal! Sag mal, ja, ich merke es gerade. Mein Kontroll der Spinn gerade. Ich muss ihn mal Autsch halten. Wie stelle ich denn das Ding aus? Gar nicht, glaube ich. Autsch, 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 Autsch! Ah ja! Ich dachte, dass wir zu viel werfen. Aber ich denke, es ist okay so. Ich meine, 2000 Bits sind auch eine Menge Geld. Danke, danke, Aji! Kann ich mal bitte was machen? Hallo! Hallo! Mein Kontroller will nicht mehr! Wie viele Gegenstellen kommen noch? Ganz viele! Neu verbinden! Neu verbinden! Hallo! 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 Wie viel brauche ich noch für das 30k Abzeichen? 30k Abzeichen? Du hast... Aji, du hast schon 40.000 gespendet jetzt. Ich brauche 50.000... Ne, warte mal. Du brauchst 50.000 fürs nächste Abzeichen, glaube ich. Oder? Du hast doch jetzt schon das 25k Abzeichen. Du hast nichts, das 50k Abzeichen. Da fehlen dir noch 9.260. Ich fehlen dir noch nicht. So, jetzt gehts noch mal. Wir müssen mal... Wir müssen mal Backpacken, Leute. 50k Abzeichen. 10.000 Fähne fast noch. Spookaboo! Spookaboo! Ist auf jeden Fall besser, als auf der Farm zu leben. Hätte ich mal früher ins Graf gebissen. Ich bin tot. Nach dem Rummelplatz muss ich unbedingt für den Spook-Unterricht lernen. Spookaboo! 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 Ich habe da so ein komisches Deja-Vu! Spookaboo! Spookaboo! So viele Jahre braucht noch ein bisschen was für... Also... Ja. Ein bisschen was drauf hier noch. So! Hallechen! Hey, komm, lass krachen! Beide Münzen! Gebeide Münzen! Moin, 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 moin. Übrigens, spielen wir einen Fuchs. Ein Fuchs, der gegen Katten kämpft, ne? Eigentlich voll falsch rum. Aber hey. Es wird sich gewünscht von jemand. Dann spiel ich's auch. Und es macht ja auch Spaß. Es ist echt ein gutes Game, kann man schon sagen. Äh, bin ich denn im Game? Bist du ein Fuchs? Dann vielleicht. Mach ich denn das? Wie komm ich denn da an die... An die Münze oben dran? Ach, ich kann sie umdrehen, ne? Ne. Moment. Kann ich sie umdrehen? Ne. Wie komm ich denn da dran? Egal. Wir brauchen nicht alle Münzen. Elfe Lucky! Ach nee, wer war das denn von euch? Ihr süßen. Andy! Weckychen! Das Ablecken! Oh, warte, 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 warte. Ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Oh, lol! Ach man, ach man. Ah! Das war so scheiße. Ja, das war nicht, das war nicht so gut. Tut mir leid, dass ich runtergefallen bin. Oh, alle von vorne! Nein! Egal, weit, weit waren wir noch nicht im Level. Wir waren noch ganz am Anfang. Ich geh' erstmal hier lang, die Sachen einsammeln. Bam, bam! Bam, bam! Und dann geh' mal zurück. Na, 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 na. Und, let's go! Ey! Dieser Tukut, dieser Tukut, dieser Tukut, der dreht sich einfach. Der macht die Polisrolle. Ja, wunderbar. Da kriegen wir hin. Ähm... Hey, Dumpel, lass krachen! Lass' ich auch krachen. In meinem bin ich der Kracher. Ja. Bam, bam, bam! Hey. Ah, geht nicht. Moment, so rum! Ach so, ich war schon richtig rum. Ich muss erstmal oben die Münze einsammeln, so rum. Also quasi so, warte, warte, warten, warten. Einsammeln. Dann geh' ich hier runter. Und hol's dann erst die Dingsbums da. Damit ich das hier umdrehe. Ja, ja. Hab' ich vorhin gleich mitbekommen. Dass sich das Ding umdreht. Und dann kann ich das andere Ding holen. Mua! Mua! Eigentlich bin ich die Bidis. Eigentlich ist. Moin! Moin! Ach so, wer hat vorhin meinen Shop nicht verstanden nochmal? Ähm... Ähm... Was meinst du denn damit? Wer war das nochmal? Merutz? Warst du das, Merutz? Mein Shop ist doch eigentlich voll übersichtlich. Finde ich nicht. Also finde ich schon. Ich hab schon. Ah, du hast doch okay. Ui! Da bin ich über 250 Bidis, Angie. Wer will... Oh, Katzenmünze. Ich auch. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ja, mit dir guter Zeit. Ja, mit dir. Ja, mit dir. Okay, let's go. Wir gehen hier rüber. Was... Was haben wir hier? Boing, 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 boing. Und das U. Ne, doch nicht. Das ist halt. Ich hab ja schon 300 Münzen lang. Eine Zeit zum Plauschen. Kleiner Fuchs, ich suche noch einen meiner Kinder. Die Kinder sind bestimmt irgendwie versteckt. Äh, Lady Meow Malade hat die Regenschauerlings als Türsteher angehalten und jetzt sind meine Kinder verschwunden. Hilf mir. Aber Verwässerungsvorschläge natürlich gerne, ja. Ich hab das Gutschein nicht gefunden, also wo man es eingeben muss. Hab ich Gamey auch schon gesagt. Also Gutschein tut man beim Bezahlen dann quasi im Angeben. Ja, Gamey, statt Gerüst dazu doch einfach machen, dass das Feld zum Eingeben immer offen ist. Damit man... Hör! Sorry, ich hab das so geschrieben. Muss das anders... Hat er nicht... Genau. Ja, ja, alles tut mir, Rux. Hörst du das? Ich glaub die schrägen Schrauberlinge kommen. Hilfe! Oh nein! So viele Schrauberlinge! Weg mit euch! Weg mit euch! Oh Gott! Aua! Oh Mann, ich kann die gar nicht töten! Scheiße! Die sind unbes... Die sind untötbar! Weg hier! Aber irgendwas muss ich doch machen mit dem... Moment, hä? Wie geht's ab? Ui! Muss ich hier machen? Gar nichts! Irgendwie nicht! Nö! Ich hau ab! Ja, ja, Gamey kann sich irgendwie ein Business anders machen, dass es einem übersichtlicher ist, damit man es in uns eingehen kann. Was machst du? Warum sieht seine Krawatte aus wie eine Zunge? Nur zu! Versuch dein Glück und wirf die Flüschtiere um! Ein... Ein toller Preis erwartet dich, wenn es dir gelingt, zu Luke! Das war ja easy! 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 Skrubbelt du! Hey, wie komme ich weiter? Die Welt ist schon ein bisschen schwerer als die anderen! Aber ich gehe jetzt auf jeden Fall weiter! Ich muss irgendwas hier machen! Ich weiß nicht was! Ich kann sie ja nicht töten! Ob sie drauf springen, ging auch nicht! Und ich muss ja anscheinend nach hier weiter, weil da geht es dann hoch! Aber irgendwie ist das hier ein bisschen zu! Vielleicht geht das hier aus! Vielleicht kann ich diesen Cheaten! Ah, fast! Das geht mit Stimmen! Das geht mit Stimmen! Komm! Ja! Allee! Hoppa! Auch mal geht es nicht! Ich weiß es leider auch nicht mehr! Alles gut! Alles gut! Mein Süßer! Okay! Das geht nicht! Ah, verdammt! Ahhhh! Hier haben wir so einen Pilz! Hier haben wir so... Aha! Moment! Ah! Äh! Äh! Ich möchte aufs Baum drauf gehen! Auf meinen Baum drauf! Wer ist da? Wer ist da? Hm... Ich muss ja was übers... Muss ja eigentlich was offensichtliches sein, ne? Guck mal! Hier haben wir eine Tür! Hier auch die Tür! Hier auch die Tür! Das ist ein Sarg! Besser gesagt! Hm... Na hier irgendwas? Hä? Moment! Guck mal! Ich muss ja dann... Ich muss ja nach hier oben kommen! Weil da hinten geht es ja weiter! Das kann nur von hier gehen! Nur ich kann die nicht töten! Guck mal! Ich muss ja dann... Ich kann die töten! Ich kann die töten! Hey! Wieso bin ich grad gestorben? Äh! Angekommen als ich auf die drauf wollte! Vielleicht bin ich scheiße gesprungen! Das kann doch nicht natürlich sein! Ok! Ja! Es geht auf jeden Fall! Ja! Ok! Ich hab heute nur verkackt! Lori im Schrei persönlich... Ähm... Mal anzuleuchten! Das waren alle danke! Ich hab echt Gänsehaut! Und ich hab grad eben schon versucht auf die drauf zu springen! Jetzt bin ich aber nicht! Deswegen dachte ich das geht nicht! Aber ich denke ich das doch! Was ist los mit dir Schätzchen? Ich hätte wissen müssen, dass jemand, der dieses ist und fällt trägt, meine elegante Pläne nicht verstehen würde! Aber keine Sorge! Ich kann dir immer noch zu berühmte Hälfte helfen! Jeder Mann liebt Legenden, die das Zeitliche gesegnet haben! Ich kann dich auch töten! Und dann hast du das Zeitliche gesegnet! Ciao! Ich weiß nicht warum ich mit dir so spreche, weil... Die sieht gar nicht so aus, aber ist doch egal! Hallo? Boing 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 boing! Ah, das tut gut! Das tut weh! Okay, im Checkpoint! Im Checkpoint! Jawoll! Perfekt! Erh? Oh Gott! Perfekt! 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 Oh Gott! Erh? 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 wie es wäre es denn wenn man so drauf springen müsste und dann nach oben irgendwas machen das haben sie damit nicht gemacht hätten sie was gut verstecken können eigentlich hey du ich versuche schon die ganze nacht hier weiter zu klaren hilf mir bitte das ist noch alles wusers ich bin gar nichts ich trage das ich bin lucky day haben wir getötet alle danke die du bist voll stark boah und boah boin was jetzt boin boin das geht nicht ja ja ein secret level let's go da ist das secret leute komm schon alter voll die robot alter die macht ja voll die häcksel arbeit hier richtig krass der zerhack hassen wird zerhacker noah dann gibt es einfeuern nja nja und da müssen wir hin boin und raus hier der knopp der knopp was die 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 sterben jawohl heilung heilung wunderbar ich liebe heilung moment die machen hier was ich gesagt habe guck mal da über uns das kristall und auch da vorne das kristallchen aber hier geht es einmal lang ist hier der weiter weg oder ist da der weiter weg fast zu hause wäre jeder weiter weg deswegen gehen wir mal hier lang boin 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 ne sind die lost die entwickler die entwickler die entwickler wollen dass man hier langläuft hier hochgeht und dann hier so lang geht aber hier das ding ist ok das geht ich bin los ich bin los mama mama nein ich bin los frage wie sind eigentlich eure spitzen meine spitzename ist mein spitz name ist mein spitz name ist Spitz Professor Spitz die Spitz nein keine ahnung ähm Keicho Moment 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 immer alles untersuchen vielleicht wenn man die tötet alle da kommt man was wer weiß das schon boin 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 das hätte ja sein können und das herz ich will das herz haben ich will mein herz habe ich verdient aber nicht mehr warum ist hinter dem checkpoint neilung braucht man nicht mehr warum ist hinter Hier haben wir den Checkpoint in der Heilung. Checkpoint in der Heilung. So. Ich glaube, dass ich hier mal locken kann. Oh, ja, ich bin hier. Aua! Boing. 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 Ah, das schmeckt gut. Boing. Boing. Ja, komm. Oh Gott. Das war klar. Ja, easy. Ja, die Familie ist wieder vereint. Dankeschön. Moment, mir fehlt etwas. Ah, nicht. Ich habe alles. Ich habe alles. Ich habe alles. Ich bin für gar nichts. Versucht ruhig zu rennen. Ich greife immer. Aber ich habe auch nicht viele Freunde Doch Angie, du hast uns alle hier Du hast uns alle Du hast mich Du hast Gamey Du hast Niko Du hast Noir Du hast Ben Du hast alle, die hier sind Und sogar neuen Freund Mati nenne ich Ich weiß nicht, ob Mati noch da ist Aber er ist auch da Er ist auch dein Freund Ui, neue Leute Ein Bonuslevel Das Bonus macht man so direkt Und ein Licht geht auf Wortwörtlich Spookaboo Spookaboo Dieser Spruch von Meisterpfötchen Dieses Blablabla Verschwind dich hier Dann hat er von mir gestohlen Ich glaube der Ich glaube hier ist der Dracula unterwegs Wo es eigentlich ist Hieß das Wurmslevel Wui 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 Aua! Ich bin ja schon tot, hallo! Ich bin tot! Nochmal! Die Stacheln sind schwer. Aber jetzt mache ich ganz vorsichtig, Leute, dann mache ich das schon. Ganz vorsichtig, sagt ich, und ich lecke erst mal volle Kanne. Aber das ist schon schwerer als die letzten Stacheldinger. Äh, 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 Ding Bums. Ey, Mann! Das ist, das ist schon schwerer, ja. Ich muss ein bisschen reinkommen in der Störung. Und wenn ich den normalen Main Strumpel-Truppeler kämpfe, nennen sie mich der Tod. Der Tod. Niko hat viele Namen. Bei uns bist du Niko, der süße Boy-Kilein. Hm. Ah, das, äh, äh, eng hier immer alles. Man muss sich nur Zeit lassen, dann geht das schon. Wenn man sich zeitlos geht das. Buing, 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 buing. Engie ist schon doch gut. Oh Gott, Engie ist gut, ja. Engie ist gut. Und ab ins Level-Ende, huiii. Geschafft! Alle Münzen eingedappelt. Ah, du bist viel zu krass, ey. Du bist schon gut. Hier, bitteschön. Dankeschön. Ich hab mir auch grad gedacht, das hat er doch nie mit Absicht so gesagt. Rang ist auch gut. Wer hat was mit Absicht gesagt? Komm schon. Bisher war alles nur eine Aufwärmübung. Der Parkour wird noch schwerer. Das sieht doch viel einfacher aus jetzt. Das sieht doch jetzt viel einfacher aus hier, hä? Das sieht mir viel einfacher aus hier jetzt heute. Wuiiii. Man muss sich ja, man muss sich ja mit boosten lassen. Jo, komm, wuiiii. Warte, 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 dass wir nach da oben gehen. Ganz ruhig, ganz ruhig. Verrück dich, verrück dich. Ganz ruhig. Rückbrauner, rückbrauner. Du sagtest, dass hier alles so eng ist. Eng? Was ist eng? Eng ist immer gut, ja? Eng muss alles sein. Wuiiii. Perfekte. Nicht da reinfallen. Nein, ne Münze. Auch ganz. Warum, warum, warum das nicht an den Münzen da liegen? Warum das nicht an den Münzen da liegen? Warte, fuck. Ich war doch jetzt schon am Ende. Egal. Egal. So, ganz schnell hin da. Wir nehmen das Ding. Yeah, Kei, ich hab's verstanden. Eng ist immer supi. Aber. Wieso war das scheiß Ding noch hier? Ah, einfach hier. Zack, zack. Zack, zack, zack. Easy peasy. Hallo, geht da hoch. Hallo, ah, ah, ah. Ganz schön. Easy. First 2. Das war auch nicht der Bonus Level. Oh, du bist so krass. Wie hast du das Level schaffen können? Ich dachte, du wärst nicht so gut. Dankeschön. Ich bin sehr gut. Aber manche nennen mich auch einfach Wolfi. Hina, du bist unser Nico. Ich nenn dich Nico. Weil ich hab schon einen anderen Wolfi. Aber der ist momentan eh nicht oft. Deswegen kannst du von mir aus Wolfi sein. Ja, ja. Einfach platt reingenommen. Ui, ein Fistal. Ein riesen Ding. Ui. Hallo, meine Freunde. Verarscht. Ja, mein Wolfi. Ja. Gut, haben wir geschafft. Ab mit 6 Level ein Licht geht auf. Ein Licht geht auf, ein Licht geht auf. Hm. Boing, 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 boing. Moment. Erstmal genau hier oben. Guck mal, hier gehts nach rechts. Ne, das geht man doch schon. Hallo. Hallo. Was ist hier lang? Was ist denn hier? Das ist ja voll abseits. Leute. Kisten, die Monster sind. Krass. Einfach die Monsterkisten. Versteh ich den Wegfahrt nicht. Moment. 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 Leute. Ein L für ein L. Genau. Genau da für ein L. Hi, Lucky. Let's go. Boing, boing. Wer wäre ich jetzt? Wer, wen gehöre ich denn jetzt? Das musst du entscheiden, Nico. Das ist dein Weg. Das ist keine Sache, wen du behandelst. Ey, ich bin lustvoll. Ey, ich bin lustvoll. Pass auf, wo du hin drehst. Wir werden mit dem Vollgeld krikotieren. Spooky, Buki. Spooky, ich will ihn verschwinden. Ich werde diesen Grün als erstes finden. Dann muss ich Buki noch einmal machen lassen. Irgendwie so. Ah, stopp, den muss ich anreden. Hubaboo. Die reden ein bisschen wie die aus Sims. Tut mir leid, Lucky, ich habe nicht zu viel Zeit zum reden. Lady Marmelade ist mit Spooky's Glühlen abgehauen. Lady Marmelade? Wir haben einen Suchkommando auf sie ausgesetzt. Aber du siehst, niemand ist hier. Nimm diese Zauberlaterne, wenn du uns helfen möchtest. Die tut einem allen nur Gutes. Hier glüht nichts, glaube ich. Schwer zu sehen, der Mann selber glüht. So, ist doch schön. Oh Gott. Oh Gott. Geht weiter. Kann ich diese scheiß Laterne weg, 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 weghauen? Wir brauchen schon so eine hässliche Laterne. WANNI! WANNI! Danke für den dicken Lady! WANNI! Hallo WANNI! Wie geht's dir? Danke Danke! Hallo Don Quampi! Hallo Schubril! Hallo Panda! Hallo BDX... BGD! Spix! Spixi! WANNI! Was hat der Schönes gesagt? Musst du entscheiden? Oder für uns beide? Für Andy auch okay. Wir spielen gerade ein bisschen Superlucky Tail. Macht Spaß das Spiel. Kann man gut spielen. Hallo die Vader. Ja, hallo dich jetzt. Wie komme ich denn da hoch? Dann bin ich nach da oben. Alles gut. Stimme ist nur noch so angeschlagen. Ich habe den letzten Team mit dem alten Model gehabt. Ui! Das ist ja wieder ein neues Model. Warte mal. Okay, jetzt verstehe ich es. Sonntag Debut. Oh! Oh hey! Da können wir den süßen Zuschauer mal reinschauen. Wenn du ein süßes Debüt hast. Aber heute ist doch Sonntag. Dann streamst du es eine Woche nicht mehr. Ui! Ui! Nächster Sonntag. Nächster Sonntag. Danke für den dicken Waiting nochmal. Oh Gott. Ja, ja. Wir sind vorbei. Vorbereiten. Ja, 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 ja. Mein Bidibü ist ja auch irgendwann mal. Dieses Jahr noch. Oh, das freut mich schon mega drauf. Wenn ich noch mein Model. Mein Model wird Suzuki werden. Und auf der einen bin ich auch schon gespannt, damit es dann in Action aussieht. Boing! Aua! Diese fiesen... Dinger. Nein! 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 Hier! Und die Nummer 5! Wir müssen alles zum vorne machen, weil ich die Game-Operi dann bin. Ja. Aber man macht nichts. So weit waren die noch nicht. Das Ding ist, man kann nur auf diese Platten stehen bleiben, wenn die auch da sind. Man kann nicht drauf stehen, wenn die quasi eigentlich da sind, aber nicht angeleuchtet werden. Das ist das Problem. Ich nehme eine Lampe und mache Licht. Oh nein! Danke für die Gäste! Ey, danke schön! Ui! Dam, 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 eh? Oh! Die nehme ich noch mit! Oh! Ich muss da ganz, 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 ganz vorsichtig hier sein. Ganz, ganz vorsichtig hier sein! Ganz, ganz vorsichtig hier sein! Oh! Du hast 100.000 Punkte! Ui! Du hast 100.000 Punkte! die erste bei den Mengen Moment, war da grad hinten, Moment hier, ne ist auch gar nicht Moment, Moment Moment nochmal zurück gehen da oben ist doch was oh ja, klar Alter, ist das gefährlich aha, okay aber erstmal geh hier hin weil hier gibt's Münz naja, zum Glück hab ich das Ding nicht runter zum Glück hab ich das Ding nicht runter drückt ach, dass wir nicht schief gehen können oh, das Ding fällt einfach los hier, hier soll man nicht sein, Leute Alter was ein Krampf die Level werden schwerer das ist aber auch eine Menge ne Menge, ne Menge was das ist so gewollt, wenn man hier hingeht und dann so, ach ich bin nur falsch gelockt und so bekommt man die Münzen auch hier oben aus so ist das gedacht, ah ähm, du hast mich gefunden soll mich das beeindrucken, oh dieses alberne Glühen, das ist doch schon lange aus hab ich irgendwo da hinten weggeworfen holst sie ruhig, wenn du kannst hihihi ja, ich spare ja auch die 500.000 ja kannst du Geld tun, mein Süßer da ist ein rotes dabei weiß ja nicht, ob ich aufs rote will wie das Holzrotteln mit unten ist ne Alter, das C ist hier ja, easy da war ich richtig hier muss ich hin weg damit, weg mit der Lampe die Lampe brauche was, was, was was, 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 warum warum ist das passiert weil ich die Lampe hier hingelegt hab, hä versteh ich jetzt nicht ganz boin 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 haha ui da kann ich auch reingehen und jetzt bin ich im nächsten nix abenteuer da Moment Moment ich bin ohne Lampe ohne Lampe ich nicht weiter komm, oh Gott hier ist ne Lampe da ist die dicke Lampe, ich seh sie doch und da ist das K da we're lucky dann haben wir es ja sogar schon bald das Level ist weit vorbei und 3 Sif gegen eine Wookie 2, 3 Monate umgefallen aber bin auch Tier 3, ja ja mit Tier 3 bekommt man die Punkte schneller das stimmt ey, wer war das? Big Buzz Big Buzz 99 Aua hab ich fast also ich hab mich fast ich hab mich fast erstrecken können also ich hab mich ein bisschen erschreckt normalerweise bin ich nicht so schreckt was ist das für ein crazy Weg hier eigentlich von dir aus kann man das ganze Baum aussehen aber kein blühen oh da ist das Y ich bin einweg mach dir nix daraus ich bin ein Grucknehmerstreckner das merk ich schon und hab ich im Blick bei ACG's hier daam da dam da dam da dam und winken mal wie viel das Bonus Level fehlt mir noch ne es dürfte hier sogar relativ schwer zu finden sein das Bonus Level jetzt haben wir hier nix das Bonuslevel dürfte sehr schwer zu finden sein aber vielleicht bin ich hier auf dem richtigen Weg hier sieht es schon sehr bonuslassig aus ne eben oh wobei wach mal bin ich jetzt drüber ah hier ist ein dicker Kristall anscheinend aber ich brauche einen Bonus oh hier links vielleicht irgendwo ist doch hier ein Bonuslevel ich sehe es doch kommt Moment hä wieso ist der Kristall unter mir wie soll ich denn da rankommen na toll jetzt haben wir es nicht mal eingesammelt egal mir fehlt nur eine Münze für den Münzstern sag ich jetzt mal und den bekommen wir auch irgendwie noch die letzte Münze also mir fehlt noch eine Münze oben rechts sind immer die Aufgaben die ich machen muss das erste das ist der Haken ist Level abschließen das zweite ist ein Bonuslevel das dritte sind 300 Münzen das vierte ist einfach das L-O-C-K finden das Lucky alle Buchstaben finden das heißt wir sind schon gut dabei eigentlich was ist hier oben eigentlich äh ich hab's Moment die ist eine Lampe das heißt kann ich hier abkürzen ach ne die haben gemacht ah sind das fiese Leute die haben gemacht dass ich hier nicht abkürzen kann Moment 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 sieht gut aus sieht gut aus nein ich hab ja ne die Münze vergessen ja das war der Bonus damit hab ich's geschafft ich brauch's nur noch das Level abschließen jawoll das heißt komplett komplett ähm auch mit Lacken ne dass ich das gefunden hab überhaupt richtig cool das war wirklich Lack dass ich das gefunden hab weil ich wollte eigentlich gar nicht hier irgendwie die äh so weiter ich wollte eigentlich die ähm Lampe nehmen und links runter springen gucken ob ich da irgendwie lande also von oben aus aber ähm perfekt dann hab ich's ja dann geh ich jetzt einfach zum Ziel Perfekt Autsch tut der mir weh Leute was hab ich dem getan wie groß ist denn das Level wohin geht's hier im Tod nach oben Moment mal war ich hier grad eben richtig ich muss sie ja lagen oder was na ich sie's ja gleich also ich geh nach dir hin hallo ach die 10 Punkte für Herbets geht doch noch dankeschön ja meine 10 Punkte bekommst du ja eh sehr sehr schnell Angie mit dein 2 für 3 aber ich komme doch gar nicht links wohin ich bin verriert wo geht's weiter Moment 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 hier hier links ich seh's ich seh's wie viele Münzen es hier gibt auch wieder ich hatte Vertrauen im Spiel dass sie mich nicht ins Tod schützen äh die auch machen sich so ja ein Brücken erschrecken ich bin ein böser Wolf ich befeuere meine Feinde mit Raketen nein du bist ein ganz lieber Wolf das weißt du auch du bist ein ganz ganz lieber Wolf ja Moment da oben sieht das Kall was ist das denn ach das braucht er ok Spooky will dir nur ewig dankbar sein na schön du wirst wohl einen Weg nach draußen brauchen ich helfe dir ich helfe dir Fupadou Fupadou Level abgeschlossen es war sogar das erste Level war so ein bisschen schwerer muss ich immer zu gestehen öffre dich Abschiedsgeschenk es fühlt sich so gut an hier zu glühen Das wird meine Sichtbarkeit in den kommenden Wahlen bestimmt bedeutend erhöhen. Mein Herr, ganz Schauerhausen steht in deiner Schuld. Du wirst uns hier immer willkommen sein. Okay, du gewinnt. Ich kipp auf, langweilig. Wie auch immer. Fast vergessen. Mit diesen härterwärmenden Zähnen haben wir genug Zeit verschwendet, sodass mein Paps es auch hier geschafft hat. Ich bin da mal weg. Ciao. Weg mit dieser komischen Frau. Ab mit dem neuen Look. Nö, ein Geist. Weg mit dem. Also wir müssen jetzt hier anscheinend rein. Und das machen wir auch ab... Weißt du, die hätten das ehrlich noch machen können, dass es eben besser drauf passt. Also Entwickler, bitte. Das sieht nicht gut aus. Naja. Das Schöne ist, das sind Lenker-Käden. Oh nein. Lucky, schön zu sehen. Wir ziehen jetzt weiter. Miau Malade hat uns aber ein Geschenk dagelassen. Dieser geile Zug hier. Willst du so lieb und zutzt immer alles bereinigen? Die sind Geister und so. Die muss alle töten. Dankeschön. Naja, das haben sie auch aus. Marino hier. Ein Zug hier. Ein dicker Zug. Nein, 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 nein. Moment. Oh, ein Elf. Ein Elf für Nachdenuk. Aua. Oh Gott, das haben wir nicht gesehen. Das wird jetzt, äh, ja. Moment, da ist doch was. Hilfe, Monster. Mach ich schon. Gar kein Problem für mich. Da ist das, uh. Aha, das habe ich gesehen. Die Lupe. Warte, Angie. Ich schieße kurz ein Herzlenker-Killt in mir. Oh je. Oh Gott, Aua. Oh Gott, was hat hier, was ist hier los? Ah, Punkt. Perfekt. Fangen wir zum richtigen, richtigen Zeitpunkt. Boing. Ah, ja. Wani, Wani. Hat jemand Wani eigentlich einen Scholler gegeben? Moment. Ich mach's jetzt. Ich weiß nicht, ob es einen Wani gemacht hat. Ich mach's jetzt aber. Ähm. Ach so, hat jemand gemacht. Okay. Okay. Ja. Hat jemand gemacht. Ich wollte nur sicher gehen. Weil es ja schon wichtig ist. Hab ich. Ja, wunderbar, wunderbar. Nein. Aua, 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 aua. Ha, 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 ha. Alter. Da war einfach ein Loch im Boden. Wie geht das denn? Wer hat denn so fies ein Loch da rein gepumpt bei mir? Oh Gott. Wow. Okay. Da sind mega fies gewesen. Das war mega fies. Mega fies. Fies, 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 fies. ein checkpoint nehmen wir alles mit natürlich brauchen wir brauchen jede jenes moment habe ich nicht vorhin mehr münzen hier gehabt davor schon jetzt zu spät vielleicht müssen wir das level noch mal machen wenn ich nicht alle münzen bekomme also alle nötigen münzen so gesehen da geht es durch wie rosinenbrot bitte angie ja sie x2 u2 jawoll ah nein wie fies da kam dieser eine schuss rund aber immerhin habe ich l zu l u c k y fertig immerhin habe ich die münzen äh die äh buchstaben aber die buchstaben sind auch das einfachste ich kann sagen aber höchst als ob da das bonus ist lol das kann man das kann man das kann man gut übersehen dieser schalter kann man easy übersehen leute voll fies eigentlich so läuft mit mir was ich mit dem kann auch hier die münzen sehr wichtig sehr wichtig die münzen close so tada dann sa aha geschockند und ein tot besser oh dein gerster so moment da das ist ende nicht fehlen Münzen mir fehlen Münzen nicht viel, aber wir fehlen Münzen ich hab nicht mehr hoch da müssen wir echt nochmal zu Level spielen ok wir müssen das Level nochmal machen und fehlen zwölf Münzis ja 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 trinken, da muss ich mir was holen er hat Schinks und zugenäht ich hoffe was du kriegst dann geht es weiter bis gleich und 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 Amen. So. Mhm. Ja. Muss ich. Mhm. Ja. Dankeschön, Angie. Mua. Mhm. So, nochmal. Hey, was machst du schon wieder hier? Wir sind doch schon angekommen. Moment. Schade. So, wir müssen Alpen mal einsammeln. Also jetzt die Buchstaben geben. Manni. Und wenn die Buchstaben Manni geben, müssen wir die auch einsammeln. Ist ja klar. Ein Monster, ein Monster. Autsch. Nja. 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 Aua. Noch nie sowas. Aua. Oh Gott. Ich bin so schlecht. Aber auch vielleicht ein bisschen zu ungeduldig. Dafür köpfe ich jetzt einen Hasen. Einen Schokohasen. Ha. Aua. 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 Warum machen die mir? Warum machen die mir? Aua. Dankeschön, Angie. Wo? Wo trifft er mich da? Ich war... Ah egal. Ich war doch weit genug weg. Aber sicher war ich das. Aber sicher war ich das. Hm. Hm. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich weiß nicht was ich gerade machen wollte. Ich weiß nicht was ich mache. Ich weiß nicht was ich mache. Lost sein. Soll er weg mit der Schoki? Ich bin so glücklich. Die nächste polishin. Nee. που darfst du nicht? Nein, nein. Das hast du niemanden gefangenen. Das sind nämlich schon meine Gefangenen. Das sind schon meine Gefangenen. Verdammt dazu, Kato zuzuschauen. Meine Zuschauer sind verdammt dazu, mir zuzuschauen. Oh nein, 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 nein! Will ich mit diesem großen Kristall da oben nicht bekommen. Das ist doch Zeit, muss nicht schnell machen. Okay, danke schön. Danke schön, irgendwie. Mann, Mann, Mann. Hätte ich so schlecht spielen. Komm schon. Du bist so schlecht. Wie, Papa? Papa? Da, ba-dam, 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 ba-dam. Oh, die sind alle da. Na, na, na. Aua! In die Aussage habe ich direkt eine reinbekommen. Warum darf ich niemanden fangen nehmen? Ich bin allein in der Ecke. Du bist nicht allein, wir sind alle zusammen hier. Das ist ein gemeinschaftlicher Spiel. Wo wir alles uns gegenüber lieb haben. Oh, komm! Au revoir! Oh, oh, knapp! Jetzt hier bitte einsammeln. Nicht verzahnen. Ich schuf ran. Na, let's go. Eine Menge Kohle, alles einsammeln was geht, dann schafft man das auch. Wo kam der jetzt her? Der hat mich vorhin gebickt, dieser Riesenling. Wir sind alles Eckenkinder. Ne, ne, wir sind alle süße Superkinder. Supersüßis. Hier ist da nix. Wir sind alle Supersüßis hier. Ne, es alten Vacation, ich bin unter der Kiste der Ecke. Nein, nein. So gehe ich mit keinem meiner Zuschauer um. Alle meine Zuschauer haben einen Sonderplatz. Ein super Sonderplatz. Wir haben jetzt schon 300 Münzen. Wie das denn? Wir haben jetzt schon so viele Münzen eingesammelt. Hä? LOL. Guck mal, wir haben über 400. Oh, ja. Du kannst doch knurren mit mir, du musst doch nicht in die Ecke... Genau. Musst du nicht. Und da haben wir's. Auf zum nächsten Level. Auf zum nächsten Level. Es gibt ja im Welten Auswahl. Bin ich als Star, ne? Es gibt nur noch zwei mehr Level. Die werden alle durchspielen. Ich bin schon bei 19 von 17. Kommt das hin mit noch zwei Level? Hm. Mal gucken. Das nächste Level wird sein. Auf der rechten Seite. ziemlich dunkel hier hat eine kiste keine löcher brauchst du zwei nadellöcher zu viel luft luftlöcher ich bin hier beim ersten level was haben wir hier? ah der boss! der boss ist hier was war denn da oben? was war denn hier? was ist denn hier für ein level? jinks korrektur? was ist hier? jinks und subidate, ah ok, dann gehen wir jetzt erst hier rein, nach unten rechts sehr sehr interessant ich hatte dich bereits erwartet, du magst meine kinderbesicht haben, aber das macht nichts ich bin viel stärker und ich werde dich so einfach in den boden stampfen mit diesem labyrinth hier ein bonus level mit geistern die es in sich haben nein, ich brauch keine geister wiiiiiii das war ja das war ja das war ja einfach sehr sehr easy so, wir holen ab das war schon das bonus und das war sehr einfach zu finden auch was ist das? ich hab dich bereits erwartet hä? habe ich alles geskippt? du magst keine kinderbesicht achso hä? was laberst du mich nochmal vor? ich bin doch hier hä? bin ich gerade eben ach so ich bin oben oben hin und die guten herausgekommen hast du ja ok 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 ich hab's verstanden ich bin nicht dumm hier ist gar nichts drunter ok ja soldati ja soldati ja soldati du bist sogar süß mein süßer mua 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 mhm mhm du bist süßer deutat haha mhm 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 ja gamey bist doch noch damit mit nem sehr geolt der sprung wird aber schwer du ghanialialialialialialialialialialialialialialialialialial der sprung wird sehr schwer sehr schwer der sprung wird hinterleyiãollset Zeit. Oh. Null sich aus. Dankbarkeit zu endlich in den Schoß. Nja. Moment. Und let's go! Spring! Und spring! Es geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Wie mache ich das? 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 Oh, fliegt nicht runter. Ich hole da fallen. Das wäre was. Ich könnte auf die Fackel stehen, aber das ist doch weh. Moment. Das tut mir nicht weh. Das tut mir nicht weh, wenn ich hier drauf bin. Als ob! Wie soll man denn da drauf kommen, dass man auf die Fackel gehen soll? Ja, genau. Wie mache ich. Wie mache ich denn noch? Aaaah! Ayyy! Bin, 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 bin. Bin, bin, bin. Bin, bin, bin. Bun, bin, 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 bin... Ach, teammate, hast du nakcam ferien? Wie mache ich mich? macht sich alle bekümmende CCs einmal bitte Aufzug nehmen oh ist nichts du musst halt selber halten ich denke das freu mich oh ich bin high denke ich ey der hat mich ausgetrickt voll böse von dem ey nicht schon wieder weg mit dir 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 und auch weg mit dir eigentlich muss ich Schalter aktiv werden erstmal ein sammeln bevor ich jetzt irgendwann Baker ich weiß nicht wofür die schalter sind aber anscheinend sind die schalter da ach für das u l u haben wir jetzt danke für die ich will es eher sagen einmal da einmal da einmal ein vogel die flügel haben münzen und münzen brauche ich mami ich finde ich bei deinem checkpunkt an die süßen genau hier scheiß auf die eulen ich habe mich mit wasser eingesetzt ja ich weiß nicht wenn ich sterbe versichern münzen verdammt ich muss auch fast nicht so sterben ich habe mir die münzaufgabe ja nicht ich glaube ich habe die sowieso nicht mehr wie ging das denn jetzt ja ja nochmal ich muss das ganze level nochmal neu machen weil wenn ich sterbe verliere ich aber münzen das heißt ich schaffe die münzaufgabe eh nicht mehr oder vielleicht schaffe ich sie ja noch wenn sie wieder großzügig ist aber hm ich weiß ja nicht wieso bin ich immer so ungeduldig ah ich habe mich mit wasser eingesetzt ja das passiert mir aber manchmal auch nur ob ich sterbe oder nicht ist egal denn ob ich sterbe oder nicht ist egal denn ja da ist das C für lucky doch was du sitzt auf meinem Kopf sag ich kurz aber danke ja ja ah wie hast du es bisher geschafft du Loser du bist doch nur ein Fuchs wie machst du das wir bekämpfen wir uns dass dann 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 jetzt hier ein Knapp drücken oder auch nicht? das war kein Knapp was ich eintrugen oder? Moment die Tür ist so knopfartig aus schade jetzt muss ich auch was einbauen können und deklatiert Aua das bin ich hauen ich bin ein braber Füchzi warte mal das habe ich noch übersehen kommt der erste Knapp vor? nö eigentlich nicht alles normal wie immer nö so aha Münze ich brauche Münze ich brauche Münze ich brauche Münze und eine Zeitstockuhr die mache ich noch nicht jetzt habe ich Sachen hier eingesammeln bevor nachher die Tür wieder zugeht ich habe die gerade bald die zu bekommen wäre schon nice eigentlich ja ja noch zwei Münze verdammt ach ich habe die 300 nice 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 sieht dir das bekannt aus? ja ich weiß schon was ich mache ich bin ein Profi ich bin ein Profi-Wolf ich bin ein Profi-Wolf ich bin ein Profi-Wolf du willst nie entkommen ghosts so wir gehen hier lang 人ambar hier lang hier unten irgendwie immer unten dann so so bitte Halleschön schon wieder wird nicht langsam langweilig um das selbe sagen zu müssen dann gehen wir hier unten lang einfach alle Möglichkeiten probieren irgendwann kommt man weiter und ich hab's geschafft easy 100% Leute ja man bam 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 und bim voll damit geht das nächste Level auf und zwar ein Bonus ein Jinx Korrektur die haben wir vorhin gesehen aber wir machen immer die Bonus zuerst ja wie geht dankeschön was ist denn hier eigentlich eine riesen Statue damit wir nicht weghauen sieht hesslich aus das Ding danke für die Geldpads und dass mein lieber hier das Level ist dann müsste auch hier und jedes Bonus sein da hier Bonus wo bist du Bonus Spicabam 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 Ah hier ist der Bonus Wir haben uns gefunden. Wir haben uns gefunden. Ja, Kim macht das. Ah, das Level wieder. Boing, boing, und runter, und boing, boing, und runter. Und boing, und runter. Und boing, und runter, und boing. Okay, das, das... Wir werden auch ganz unbefangen sagen, eigentlich. Boing, 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 und runter. Boing, boing und runter. Ich muss nicht laufen, ich muss nur springen, und, und und einkaufen, und drehen, und sowas. Aber eigentlich, weil Chici-C 궁금. Ui, Hallüchen! Dada, 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 dada. Raaah! boin 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 das war's aber ich glaube oben lang ist besser ja oben lang wäre profihaft gewesen aber unten geht auch danke wir sind lucky ey du bist gleich ui oh nein ui ein bisschen was überleben soll ich mich jetzt langsam oh Gott stürzen ich denke noch sterbe hier der ist ja unfair nochmal herziger also rein theoretisch egal wie viele münzen ich hier einsammle man muss es nämlich nur schaffen das mit dem Gutschein Kott abgeerbt wenn du wolltest ja genau ich habe jetzt einfach übersichtliche alles davon ich ähm wenn man direkt sieht Akuma da kann ich ähm Kot benutzen genau wenn man einen hat halt ja dankeschön du qué das is alles du dimmod nur mal alle drank game für die volle arbeit die er macht mal auf der Webseite wie bei mir, aber danke, danke und da, guck mal, ich war kurz vor dem Ziel, super ich war zu einem Meter vom Ziel, bin ich gestorben oh man ey so, was wir haben gekämmt und damit wir nach hinten gehen, so so, das war das Bonuslevel, wir werden jetzt ab zum Level gehen von dem Bonuslevel, hier da unten Jink-Torrekturen, let's go wir werden die Welt auf jeden Fall abschließen hab einen Trick gefunden, womit ich mich erinnern kann als eigentlich durch das Shopsystem wirklich jetzt von mir oh, echt? ui sag aber nicht noch mehr ich dachte mir gerade durable nicht, dass ich das sonst noch fixen anytime guck Soll ich das hochgehen? Da hab ich mich zu früh nach oben gegangen. Mich so hochgebackt hab ich. Ich wusste doch eins was. Ein Bonuslevel. Das war ganz ok versteckt. Aber nichts entgeht meinen... Ähm... Als ob ich mit ihr mitgehen muss. Nichts entgeht meinen... ähm... Kattenaugen. Verdammt! Das ist schon ein bisschen schwer. Aber ich bin noch Zeit höre ich gerade. Ganz gemütlich langlaufen kann. Was mach ich denn da? Was mach ich denn da? Lalalala... Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Wir laufen einfach mit dem Typen hier. Es ist gar kein Stress. Wir warten bis sie auftauchen und warten weiter. Wir warten und warten. Weil es ist doch gar kein Problem. Warum muss man sich stressen im Leben? Wenn es doch mal ein bisschen langsamer vorgehen kann. Und einfach ein bisschen chillen kann. Und am besten nicht sterben. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Moment! Moment! Ach ich weiß! Ich weiß! Ich weiß! Von da! Luba spring! Easy! Let's go! Ich hoffe ich finde gleich ein Checkpoint. Ein Checkpoint! Ein Checkpoint! Oh Gott! Äh! Warte mal! Achso ich hab ähm... Ich hab ähm... 3 Leben doch alles gut. Oh Gott! Wollte ein Checkpoint mit mir nichts war. Ich wäre ihrbeis tot. Komplett tot. Ah da! Extra Leben! Meins! 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 Oh Gott! Was mach ich mit mir? Tut mir leid Leute! Nochmal von vorne! Ich war ja eh nicht weit! Weit war ich sowieso nicht! Boing! 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 Tja! Machen wir das so! Machen wir das so! Machen wir hier hoch! Machen wir das hier so! 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 Und einmal hier! Rein da! Wie viele Katzen braucht man im Klipp zu erstellen? Nur dich! Genau! Also wenn ihr mal was lustiges seht oder was ihr denkt... Oh ja! Das ist gut! Dann immer gerne klippen! Meine süßen Klipper! Meine süßen Klippi Klippi Klippi! Meine süßen Klippi's! Ah, 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 oh, Gott, aber, äh, knäpple. War knäpple, knäpple, als knäpple. Easy. Buchruhm, das Chickenbrötel, richtig, da heißt, ja, richtig, ne, hm. Es war lecker Chickenbrötchen. Ein Kristall und eine Münze, ein Kristall und ein, äh, äh, eine Münze, ein Kristall und einmal ein, in die Presse, aua. Dankeschön, dankeschön, ich brauche das. Hör, was ist hier? Loll. Moment, das ist eine Münze. Hey, hey, wo bekomme ich Münzen? Hä, was passiert hier? Warum bekomme ich orelen Rende Münzen? Was ist da da passiert? Egal, wir gehen weiter. Das war kein Problem. Weiß nicht warum, wofür das war, aber ich hab's. Lass mal ein bisschen chillen hier in der Ecke. Ich hab' mir drei Münzen, Leute. Drei Münzen sind die Belli. Jetzt gibt's nur noch alle Buchstaben. Dann hab' ich's auch schon. Moment. Hier haben wir doch was. Kann mich da fallen? Von unten? Und von da rechts? Das Ding muss weg. Und das geht weg, indem ich mich mit dem Typen bekämpfe, glaube ich. Zu begeben, du bist hartnäckig und ein sehr, sehr harter Bursche, aber ich bin härter und das schein' ich dir jetzt. Aua! Ich bin irgendwie gehauen. Boing, 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 boing. Willkommen zurück, Angie Schmangy. Nee, komm zurück, mein Süßer. So, einmal drücken. Ich bin der Zag, bin der Zagger. Boing und weg. 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 Ich hab' keine Chance gegen mich. Ja, geh hin. Was gibt's, Süßer? Was gibt's, Süßer? Ich hab' es geschafft. Aua, hier sind ja... Aua, tut doch weh in die Anhauung. Oh, Aua, Popo macht mir. Moment. Aua, fehlt mir. Wo ist denn das K jetzt versteckt gewesen? Ich hoffe, ich brauche es nicht mehr. Ach, jetzt, ich muss ruhig rennen bis zum K, Leute. Im nächsten Mal. Hab' ich geschrieben. Ronny hatte eigentlich Vorstellungen gemacht, wenn ich den so umsetze, wie ich geschrieben hab, ich kriege ihn vorstellt. Okay. Hm, Kritik und Vorschläge sagst du? Hä? Sorry, wenn ich mir... Na ja. Ich bin mir... ja aber also moment mal bei kelsche.de tipp leute wenn man mal spendt hallo moinzen jetzt wo ein neuer zuschauer reinkommt erstmal werbung machen er schreibt ja ob man mit vorkasten nicht zahlen kann weil er keinen paypal hat aber auf meiner webseite auf mancage.de tipp kann man doch moment leute mit paypal kreditkarte also banküberweisung giropay und paylab karte bezahlen also man hat nicht nur paypal man hat man hat auch mehr zur auswahl und pay save card kann man ja immer überall kaufen euro paypal banküberweisung also kannst du es machen gamey da bräuchte ich aber glaube ich mal ne ne ach hallo nico und alle schallischen moinzen wie gehts dir denn moinzen wie gehts dir denn das rein schafft sofort ist nicht banküberweisung direkt ja das problem bei banküberweisung ist moment nimm nimm dafür meine nimm dafür meine kreditkarte das klappt ja da anscheinend ne das würde gehen ja das passt kannst du machen gamey sag ihm bescheid das klappt genau dann macht man das einfach so mir gehts auch gut danke der nachfrage aga aga mhm nico nico so wir gehen weiter wir machen jetzt weiter wir brauchen nur das k leute deswegen ich renne jetzt einfach durch und mit das k mehr brauche ich ja nicht u l u c k aber das extra nie wird ich brauche oh god genau dann mach mal das so gamey ist ok können wir gerne machen aua aua mein gott nein 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 es ist nicht schlimm ok ist das k ist das c dann kommt das k so ab jetzt muss ich Augen aufhalten und gucken wo ich das k finde ich denke mal ab geht das k eigentlich so irgendwo das ding hier müsste das k geben eigentlich nicht hä ich verstehs nicht da oben ist das k ich sehs Allah ich sehs das ich sehs das ich sehs das k ich seh das k und hab's gesehen ich hab's gesehen leute ouch dank für den follow da oben ist auch das k danke 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 ich muss dabei sein äh wer leckt mich da ab wer putzt mein Fell gerade dankeschön für das Fell putzen muss hier runter fallen irgendwo warte mal hier hier irgendwo runter fallen nach innen lenken springen ja fast wie komme ich denn dazu ran ein wunder dass ich das das erstmalig gefunden hab ist schon krass versteckt eigentlich aber danke danke für den follow bitte meister danke für die bittis denke ich schon bittis Moment soll ich von hier runter springen da bin ich ja schon auf der richtigen höhe irgendwie von hinten wo ich da ah hier ich seh schon ich seh schon ich hab mich schon vorher schon gefragt warum da so ein stein ist aber das ist die anderswo liegt dazu die antwort hier die g g g jetzt noch das level beenden dann haben wir's ja du bist voll stark und du bist nicht du als du sie ja komm ich mach dich ich mach dich platt boing boing aua boing und achacke alle im kreis springen aber oh 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 nee oh gott das schärme ich auch noch das wäre so peinlich von mir ok wir sollten wieder aber was wollen was denn achso gamey aber dann mach bitte ähm ein zähler wieviel gespendet wurde insgesamt für nur für uns privat zu sehen weil weil ich muss ähm wegen steuererklärung gucken wieviel geld ich damit verdiene wenn da jemand ähm so spendet muss ich wissen wieviel das dann ist am ende des jahres deswegen ähm nicht dass ich dann da alles durchrechnen muss oder was wobei warte wir sollten erst testen dass sie keine Lastschritte zulässt äh das verstehe ich nicht was meinst du mir keine Lastschritte zulässt ok nochmal 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 was streamst du sonst noch wenn ich fragen darf ähm momentan streame ich Donkey Kong 64 und luke ich es Menschen meistens und das spiel und wenn dann spiel durchgespielt ist suche ich ein neues spiel raus ja ebenso ein Name mehr braucht man die zum Lastschritte zu machen deswegen äh ich weiß immer nicht was du meinst weil der Name Kei Chowiki ist ja nicht der Name von meiner Kreditkarte das schreiben wir nur hin ne ich hab eh ein Limit auf meiner Kreditkarte damit da nichts abgezogen werden kann weil das Geld soll ja drauf bleiben ne das Limit nämlich immer runter wenn ich was bezahlen will oder wenn ich ähm wie man da mein Model bezahlt dafür ey 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 wieso bin ich eigentlich das also meinst du kannst gerne mal auf meinem Youtube vorbeischauen da siehst du alle Projekte und Streams die ich gespielt habe und auf dem Discord kannst du gerne auch einen Spielvorschlag senden in den richtigen ähm Discord Channel wenn du einen Spielvorschlag sendest ne aber es kann ein bisschen dauern bis ich die Spielvorschläge wenn ich ähm spiele weil momentan habe ich ja ein paar Spiele die ich schon spiele und doch spielen muss und spiel will aber ich werde dir auf jeden Fall ähm ähm spiel wenn sie mir gefallen oh Gott ey ey ach da ich hier getroffen wurde das war so peinlich ich weiß nicht warum ich hier so struggle eigentlich sind diese Monster hier auch kein Problem um zu besiegen ausweichen 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 einfach hier Mensch und okay jetzt habe ich es jetzt habe ich es aber ja komm tritt mich halt nicht so jetzt habe ich es aber na endlich hm letzte Treffer war nochmal risky und unnötig aber ne warte mal ist noch lange nicht geschafft scheiße oh Gott ganz ruhig ganz ruhig ganz ruhig ganz ruhig ouais ja 100% Vortrasse chlor forecastle vortrasse also gaming die Nummer ist eigentlich nur da um Geld quasi einzuzahlen auf meine Kreditkarte. Damit kannst du nicht bezahlen, weil meine Kreditkarte hat eine eigene Kreditkartennummer und noch die dreistellige Nummer da hinten drauf. Normalerweise sollte man da nicht machen können, im Normalfall. Weil sonst könnte ja jeder mit einer E-Bahn irgendwie was machen. Das geht ja nicht einfach so. Die Frage ist jetzt, gab es noch ein Level oder geht es schon zum Boss? Habe ich jetzt hier alle Level? Ich glaube schon. Soll ich mal sagen, auf zum Boss. Auf zum Boss. Also ich denke nicht. Also du kannst gerne machen, einen Spendenlink auf meiner Webseite. Aber ich glaube, dass es nicht möglich ist, dass es hier angezeigt wird. Kann man machen, dass es hier angezeigt wird? Ich glaube nicht. Na ja. Also nur rumwacheln das Ding. Geht jetzt nicht weiter. Ich bin Keicho. Er ist erstmal am Rumspringen überall, wo man nicht hin soll. Der für den Boss brauche ich 72 Dinger. Aber bevor ich das mache, kann ich dazu kontrollieren, ob ich alles habe oder nicht. Indem ich, Moment. Einfach die Statue anrede. Die dürfte hier irgendwo sein. Wo ist die Statue? Statue? War die links? Spookaboo? Das mit dem Counter auf jeden Fall easy. Ja, Counter ja easy. Ich meine, das ist also auch hier angezeigt, ob ich mit dem hier mit dem Ding Ding Spendier. Blablabla. Ich glaube nicht, dass das geht. Hier im Stream. Dass es hier auch noch angezeigt wird. Und haben wir alle. Wir haben alles. Ja, 99 brauchen wir. Jetzt ist hier unsere Statue wunderbar. Die goldene Fuchs-Statue. Und wir haben alles. Also gehen wir weiter. auf zum Boss in dieser Welt ich möchte Popcorn Popcorn, hier Popcorn nee, das geht eher nicht ja, das meine ich halt damit, ja, schade aber jetzt mal so dann gib mir später den Link weil ich würde zwar gerne bei dem Stream-Element-Seite nochmal Hitschreiben extra damit das auch möglich ist aber ab zum Boss jetzt dann kannst du gerne machen, ja oh Gott Alter, ist der riesig geworden weil eben war der kleiner oh lol ähm, hat der auch lange nicht kein Popcorn, jetzt habe ich irgendwie Lust drauf auch schon lange kein Popcorn mehr oh lol, Laserstrahlaugen, cool wie süß ist das denn, Laserstrahlaugen ach der Gott durch die Wand, natürlich natürlich durch die Wand na klar doch wer kennt's nicht nur damit er macht was er macht die oh, jetzt geht die jetzt geht die Zartform, oh Gott okay, 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 okay okay, okay, okay jetzt, äh, let's go okay, das ist ein richtiger Magier wir hee j Vampel zelag 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 mir nicht. Und later later later, open me. Wiiiiiii. Das war jetzt ein einfacheres Pettern. Oh no, oh, oh, oh. Okay, jetzt habe ich jetzt nicht kommen, dass der die Mitte weg bewegt. Was macht denn der Platttaub eigentlich? Guck mal, wie die jetzt aussieht. Ah, jetzt wieder, jetzt wieder normal, okay. Leider Augen! Leider Augen! Hä? Was jetzt? Hä? Was jetzt? Was war? Hä? Hä? Das hab ich nicht verstanden grad. Das hab ich nicht verstanden! Okay, okay. Hallo, ich bin's! Wie mach ich denn eigentlich Schaden? Wie mach ich denn eigentlich Schaden? Merke ich grade. War toll wieder hier, toll? War toll doch schon mal hier? Äh, vielleicht kann ich gleich sagen. Ach so, so mach ich den Schaden! Ja, das Ding hier! Bam! Ja! Ja! Noch nicht erteilt. Okay, ja, da war er noch nicht da. Heilfahren ist angesagt. Eins, zwei, drei. Heil! So! Moin! 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 Ich hab mir Leider Augen! Hallo! Martin! doch klar hier noch das geht noch klar schade ja auch sie mit der taxi irgendwie dachte ich nicht nur noch ein leben hat er ihn werden die besiegen die heilung kannst du dir auch vorhin stecken einfach die beiden komischen bienen weil die bienen sind krass weg mit dem typen ok 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 beruhig dich so ganz einfach links und rechts wir müssen springen springen machen und da habe ich ihn besiegt leute und dir du monster und komme daher wo du und komme daher wo du zurückkommen willst ich hätte da schon fünftige sorte packt wir haben die katzenbande besiegt jene geschichte braucht einen helden manche werden zum helden geboren andere sind vielleicht einfach dein kleiner bruder das ist zwar das ende dieses kapitels doch ich glaube seine geschichte geht ja es gibt noch dscs die haben wir hier auch hey lucky wollen wir dein nächstes abenteuer nicht gemeinsam erleben ich glaube das war es am anfangs games zu ende jetzt wäre aber wir haben ja immerhin noch ein paar andere sachen es gibt ja noch super lucky tale 2 ähm new super lucky tale heißt das aber mit dem spiel sind wir noch nicht fertig das braucht noch ein bisschen aber für heute reicht dann mit dem spiel mitwirkende braucht man nicht angucken oh man kann die man kann die man kann die man kann das auch anders skippen kann also wir haben noch mehr was wir machen können nämlich nicht ähm traurig sein wie ihr seht haben wir noch 99 von 117 das heißt wir sind jetzt in welten auswahl sind wir ja jetzt hier gewesen aber es gibt noch die zwei hier himmelinsel aber das machen wir nicht heute wie geht es nämlich zu luci menschen über talentfrei genau alles klar hauptmenu hehehehe wir werden abdänzen ist der verrückte so das spiel beenden wir ja und jetzt gehen wir ab zu luigis mentione 2 welcher war das nochmal welcher war das was te hallo Nee. Der passt glaube ich auch nicht. Jetzt muss ich noch gucken, welches Programm das war.